Ich versuch dir das jetzt da rein zu schmeißen, ja? Ich bin jetzt im Poolfeld, da muss ich mir was kaufen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Hello Leute, ich bin Ewa, willkommen bei AllesAva am Sonntag um 10 Uhr. Nur als der Bericht von Izzy hat mich gerade aufgeregt, also dachte ich, schauen wir mal, was sie mir so geschrieben hat. Guten Morgen, Ewa, auch mal ausgeschlafen, oder? Also ich kann wirklich niemanden, der so lange schlafen kann wie du. Also ich schlaf hier schon lang, aber Ewa, hallo, wir haben fast Mittag. Ich hab so das Gefühl, dass heute Izzy mein Tag bestimmen wird. Und, wow, das hab ich so lange nicht mehr gemacht. Heute wird Spaß machen. Und erstmal, das war so ein kleines bisschen gemein, ich mag ein langer Ausschlafen, das ist so mein Ding. Also, oh, und bevor ich vergesse, ich hab eine Changebook, ich hab jetzt in 3 Sekunden meinen Kanal zu sehen und das Video zu sagen, 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt mal Izzy bestimmt in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal, was sie mir als nächstes geschickt hat. Ich würde sagen, du machst jetzt mal deine Mama glücklich und räumst du hier ein bisschen auf, weil, Ewa, es sieht schlimm aus. Izzy, du Stalker, wie weißt du, dass mein Zimmer so ein bisschen unordentlich ist. Aber es ist jetzt nicht so unordentlich. Mein Schminktisch sieht zwar fragwürdig aus. Mein Ankleidzimmer hat schon bessere Tage gesehen. Okay, es sieht schon schlimm aus, ich zeig mich einfach mal. Also, willkommen bei meinem Schminktisch. Ich weiß, super ordentlich. Man fragt am besten nicht, warum ich da so eine random Postkarte liegen habe. Ich hab mich eigentlich gesucht, oh, ah, jetzt hab ich die gefunden. Und ich will sagen, wir gehen schnell weiter. Ja, also, ich will sagen, ich fang jetzt schon mal an. Gott, hier ist auch noch mehr. Ja, ähm. Okay, ich werde jetzt erstmal meinen Schreibtisch aufholen. Okay, das war's noch nicht. Schaut mal. Ja. Bist immer noch nicht fertig. Jetzt geht's ins Ankleidzimmer. Also, ähm, oh Gott. Ja, also, hier sind meine Klamotten. Da ist ein Bügel auf dem Boden. Ja, also, ich glaub, ich muss mal unbedingt aufholen. Okay, genug Gerede, jetzt muss ich wirklich mal aufholen. Also, ich werde nicht alles aufnehmen, weil sonst das Video so gefühlt 10 Stunden lang wird. Und das will ich ja nicht. Also, werde ich jetzt einfach nur so einen Schnelldurchlauf aufnehmen, wie ich hier so meinen Schminktisch aufholme. Und bevor ich anfange, brauch ich noch eine Sache. Musik. Also, hol ich erstmal meine Airpods. Ich bin einfach mit dieser Hülle besetzt schon mal zum Starbucks-Drink. Ich lieb's. Easy ist mal also schon eine gute Idee aufzukommen. Jetzt gibt's einfach eine viel bessere Atmosphäre. Ich zeig jetzt erstmal den Schminktisch. Also, ziemlich gut, ziemlich gut. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Ich bin halt richtig happy, ignoriere das. Das hab ich mir schon nicht weggesetzt. Also, es ist nicht ganz ordentlich, aber schon gut. Schaut mal. Tada! Ach so, viel besser als vorhin. Und jetzt muss ich euch unbedingt das Einkleidium mal zeigen. Und ich hab so ein bisschen gehofft, dass ich vor dem Aufrund vielleicht noch was essen konnte. Jetzt bin ich total müde, aber egal. Easy, bitte. Kann ich mal frühstücken? So, also. Tada! Endlich mal! Ja, ist nicht ganz ordentlich. Ich mein, da sind ein paar Tüten, aber... Die zählen nicht. Und wir schauen jetzt erstmal, was mir Easy als nächstes geschickt hat. Okay, ich bin gespannt. So, Ava, nach dem ganzen Aufräumen ist dir bestimmt heiß. Und ich würde sagen, du erfrisch dich jetzt erstmal ein bisschen und wäsch dir dein Gesicht mit einem ganz kalten Waschlappen. Ich glaube, das ist bestimmt erfrischend. Easy, wenn du willst, dass ich mich ein bisschen erfrischen soll, dann könnte ich doch vielleicht ein Eis essen oder Cola mit ein bisschen Eis, aber doch nicht mein Gesicht waschen. Okay, Easy, ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann. Verstehe ich mich nicht falsch. Ich mein Gesicht waschen ist ja ziemlich gut, aber eiskalt? Muss das wirklich sein? Okay, YOLO will machen das jetzt einfach. Vielleicht sollte ich jetzt mal die Haare zusammenbinden. Okay, ich bin gleich wieder da mit einem Haargummi. So, ich bin jetzt gut vorgehalten, vielleicht noch die Clips rein. Okay, ich will nämlich nicht, dass meine Haare nass werden. Bei mir ist es immer so, wenn ich so Ponytail mache, wenn ich sehe, wenn ich sehe, ich sehe immer so komisch aus, aber egal, das ignorieren wir jetzt. Okay, ich habe mein Tuch. Jetzt sagen wir an. Es ist kalt. Es ist ziemlich kalt. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Eiskalt bedeutet normalerweise kalt. Oh, nein, nein, tut mir leid. Nein, ich höre auf. nein, meine Hände kannst du das mit mir nicht wasserfest. Okay, ich bin schon so ein bisschen erfrischt. Das ist doch schon mal gut. Ich bin froh, dass ich mich noch nicht geschminkt habe. Trotzdem wäre mir ein Eis lieber, aber okay. Und jetzt habe ich richtig Kummer. Hoffentlich darf ich erst mal was frühstücken. Okay, was hast du mir jetzt geschickt? Na ja, aber jetzt brauchst du auf jeden Fall noch Frühstück und ich würde sagen, du machst dir Waffeln in deiner coolen neuen Küche. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Und ja, vergiss nicht den Puderzucker und zwar wirklich richtig viel. Easy, ich kann dir doch verzeihen. Lass uns gehen. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe Waffeln einfach so sehr. Sag mir mal, was ihr besser findet. Pfannkuchen oder Waffeln? Ich persönlich mag Waffeln einfach viel mehr. Keine Ahnung, ich hasse Pfannkuchen einfach. So, ich bin jetzt in der Küche, aber bevor wir erst mal die Waffeln machen, wollte ich euch was richtig cooles zeigen. Und seid nicht überrascht, da bin ich dann umgezogen. Es gibt wieder spannenden Enhüllungszauber bei den Magic Mixis. Und zwar die ganz neuen Magic Mixis Pixlings. Insgesamt gibt es drei neue Pixlings. Wir führen jetzt den Enhüllungszauber gemeinsam durch. Und tauchen ein in die zauberhafte Welt der Magic Mixis Pixlings. Voller Magie und Abenteuer. Wir geben jetzt die geheimnisvollen Zutaten in die Flasche. Zuerst geben wir das Pixlingskraft-Elexier hinein. Wow, ist das schön. Nun befüllst du die Zaubertrank-Kasche mit Wasser bis zur Fülllinie. Nun kommt unsere nächste Zutat hinzu. Es sind wunderschöne Blüten. Nun fügen wir das magische Pixling-Elexier hinzu. Und der Elexier verfärbt das Wasser auf magische Weise tiefblau. Jetzt fehlt noch Zutat Nummer 6. Schaut mal, wie wunderschön. Unter dem goldenen Ring befinden sich die magischen Worte. Jetzt drehen wir den Kristall für eine magische Enthüllung. Magicus Mixus. Das Wasser wird langsam durchsichtig und ein Pixling wird enthüllt. Ich bin so gespannt, welchen Pixling wir herbeigezaubert haben. Das ist so aufregend und magisch. Sieht sie nicht jetzt schon wunderschön aus? Schaut mal, das Wasser ist fast klar. Es ist Dili, der bezaubernde Rehpixling. Deine zauberste Pixling-Puppe lässt sich jetzt einfach aus der Flasche entnehmen. Schaut, euer Pixling ist komplett trocken. Ist sie nicht so wunderschön? Ich habe euch ja schon verraten, dass es drei Pixling-Puppen gibt. Jeder der Magic Mixus Pixlings-Puppen hat einen individuellen Style und detaillierte Accessoires zum Austauschen. Das ist Dili, der coole Rehpixling. Sie hat tolle lange Haare und einen mystischen Zall auf ihrer Stirn. Sie ist voller Tatendrang und ein besonders mutiger Pixling. Die Wirkung ihres Zaubertragens ist Abenteuerlust. Das ist Marina, der tolle Magenkorn-Pixling. Sie hat einen mystischen Kristall auf ihrer Stirn. Die kluge Marina hat ein Herz aus Gold. Die Wirkung ihres Zaubertragens ist Liebe. Das ist Unia, der entzückende Einhorn-Pixling. Sie hat einen mystischen Einhorn-Kristall auf ihrer Stirn. Sie trägt einen hymnischen Rock mit bezaubernden Schuhen und strahlt pure Lebensfreude aus. Die Wirkung ihres Zaubertragens ist Traumerfüllung. Die Magic Mixies Fixings findet ihr unter anderem bei Smith's Stories Superstories. Die Frage ist jetzt, welchen Fixing willst du auf magische Weise enthüllen? Ich habe jetzt alle so fancy Schmanzen vorbereitet und easy, es wäre ziemlich cool gewesen, hätte ich mich vielleicht umziehen können, aber okay. Okay, also übrigens, ich nutze das Rezept aus meinem Backbuch. Cool. Und können wir uns einfach mal anschauen, wie schön das hier aussieht? Ich liebe es. Okay. Ich habe das für euch so richtig schön vorbereitet. Und übrigens, ich mache nur die Hälfte von dem Rezept, weil ich meine, ich lasse das ja nur mit meiner Mom. Sag mal hi. Hi. So, okay. Für Waffel braucht man nie viel. Eigentlich braucht man nur Butter, Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Mehl, Milch und ein Ei. Und ich habe schon so eine Prise Salz in der geschmolzenen Butter. Okay, und jetzt hauen wir alles rein. Das ist wirklich das beste Waffelrezept ever. Ich bin schon aufgeregt. So, das jetzt ist Vanillezucker, Malzucker, Backpulver natürlich nicht vergessen. So. Das können wir jetzt vermischen. Ist jetzt besser das war im Fall. Okay, und jetzt geht's los mit dem Vermischen. Ich mache die eigentlich auch so gerne. Ich glaube, am liebsten backe ich Bananenbrot. Und ich will jetzt nicht irgendwie egoistisch klingen, aber ich mache den besten Bananenbrot ever. Ich habe einfach das süßeste kleine Waffeleisen. Das will ich nämlich nicht verbrennen. Die Waffeln sind fertig. Hat richtig lang gedauert. Ich habe die Mama auch schon den Teller hingestellt. So, und ich hatte jetzt tierischen Hunger. Ich freue mich, was zu essen. Und die Sie hat ja gesagt, da muss richtig viel Puderzucker drauf. Achso, wie habe ich das denn ja auch? So, richtig schade. Weißt du, ich hasse Puderzucker. So, so sad. So wirklich. Aber ich glaube, ich werde es überleben. Vielleicht ist ich auch Waffeln mit meinem Puderzucker. Wie wird es sehen? So. Okay, das ist jetzt genug. Wohl Appetit. So, Taster ist Zeit. Wie normal, richtig gut. Wir sind jetzt fertig. Wir haben noch zwei Waffeln übrig gelassen. Für meinen Dad, der will ja bestimmt auch noch welche essen. Und jetzt schauen wir, was Isi noch so geschickt hat. Okay, wenn ich wieder mein Gesicht weiterfahre muss, glaube ich rastig aus. Also, Eyva, die Waffeln sahen wirklich richtig lecker aus. Aber jetzt ist es Zeit, dass du dich fertig machst. Bisschen hier Autos draus suchen, schminken, get ready with me machen und so. Okay, also würde ich sagen, fangen wir an. Ich bin fährt hier fast Isi-Mantees an. Lecker auf. Okay, Isi Stalker. Und jetzt fange ich fertig. Okay, ich bin jetzt im Kleidzimmer. Ich bin mir eigentlich noch nicht sicher, was ich anziehen will. Es ist ziemlich warm, aber ich habe Angst, dass es noch ein bisschen kälter wird. Ja, also ich würde sagen, YOLO, ich ziehe mir jetzt einfach irgendwas an und ich mache jetzt wieder so eine YouTube-Trendition. Achso, bye bye. Und ich bin wieder da. Und ich habe eigentlich, dass die Kamera ein bisschen gewackelt hat. Aber egal, jetzt zeige ich euch erst mal das Fit. Ich finde es eigentlich ganz nice. Es ist ziemlich basic, aber trotzdem ziemlich cool. Jetzt schauen wir erst mal, was Isi noch so geschickt hat. Mal schauen. Aber Eyva, stopp. Bevor du gehst, machst du ein Get Ready With Me und natürlich verlinkst du mich. Ich will es natürlich sehen. Okay, also eigentlich hatte ich keinen Plan, irgendwo heute hinzugehen. Isi, ich glaube, du hast mir jetzt was zu erzählen. Ja, so habe ich was gelernt. Heute gehen wir anscheinend irgendwo hin. Weiß nur, wann ich leider wo. Aber egal, jetzt mache ich mich erst mal fertig. Okay, Leute, ich glaube, anstatt so ein normales Get Ready With Me, will ich so ein Transition machen. Ich zeige euch mal, wie es raussehen soll. Mir ist gerade aufgefallen, dafür brauche ich noch ein zweites Handy. Also, glaube ich, kurz das von meiner Mom, dann bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Mit zwei Handys. Okay, Zeit aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, mit welchem ich aufnehmen werde. Ist eigentlich komplett egal. Ja, also ist jetzt Aufnehmenzeit. Let's go. Da könnt ihr auch sehen, wie es ist, wenn ich so TikToks mache. Okay, dann werde ich jetzt aufnehmen. Ihr könnt mir jetzt hier schauen, wie ich das jetzt mache. Hoffentlich sehe ich nicht zu komisch aus. Ich hätte den Fall gar nicht auswendig. Okay, ich muss den erst mal nähern und dann kann ich aufnehmen. Okay, jetzt muss ich mich schminken. Ich wünsche das Kind nicht so schnell im Echtnehmen. Übrigens wird die Transition vor diesem Video gepostet. Also, wenn das Video gepostet, geht dann wieder zu dem Get Ready With Me und schreibt mal Magie in die Kommentare. Weil, why not? Als ich dich gerade hochstiefeln habe sehen, habe ich gesagt, komm, gib mir mal die Kamera. Das müssen wir aufnehmen. Warum machst du denn diesen Aufwand? Ist das eine ehrliche Frage? Ja, hast du eine neue Nachricht von der Easy bekommen? Ich muss doch mal schauen. Aber es muss halt auch schön aussehen. Okay, und jetzt muss ich gehen. Und ich baue die Kamera. Es muss halt auch gut aussehen. Okay, ich bin bereit. Super! Das Get Ready With Me habe ich jetzt gemacht und jetzt hier noch was geschickt. Und Eva, hast du eigentlich schon deinen Song of the Day gepostet? Nein, noch nicht? Okay, sehr gut. Den suche ich heute aus. Und ich würde sagen, der Song Today will you belong with me von Taylor Swift. Das finde ich mein Favorite Song. Jeden Tag beim Fernsehen. Wow. Eine Empfehlung. Okay. Also, um los geht's. Und Easy, Gefühl, bestimmst du nicht nur meinen Tag, auch alle Sachen, die ich auf Instagram mache. Oh mein Gott, wir müssten mal ein Video machen. So Easy bestimmt mein Instagram. Okay, ich habe jetzt den Song of the Day gemacht und Easy, natürlich habe ich dich verlinkt. Keine Sorge. Also, Easy hat mir jetzt schon was Neues geschickt. Mal schauen. Und ja, Eva, jetzt wird's cool. Jetzt darfst du mich shoppen gehen. Ich würde sagen, kaufe drei Sachen bei DM, eine Sache bei H&M und eine Sache bei New Yorker. Und vergiss nicht, mich später anzurufen, Eva. Ich will nämlich sehen, was du gekauft hast. Also, das meinte sie mit losgehen. Okay, okay. Shoppen gehen. Ihr kennt mich ja, liebe ich. Also, würde ich sagen, los geht's. Kann ich euch mal kurz meine neue Tasche zeigen? Die habe ich im Urban gekauft und ich finde die einfach so cute. Ich bin obsessed. Okay, Leute, ich hatte voll die Idee. Also, es war jetzt das Easy Geburtstag. Also, wie wir es verkaufen, ihr einfach Sachen und dann schicken wir ihr die Sachen. Die finden wir auf jeden Fall was. Ich glaube, ich werde hier ein Parfüm mitnehmen, weil Parfüm geht ja immer. Wir beginnen diesen. Das ist auch voll schön. Die Verpackung. Okay, ich habe jetzt auch das gefunden. Ist nicht nice. Ich glaube, ich will mir da auch ein Foto. Okay, ich habe das beste Shirt gefunden. Ich glaube, das beschreibt Izzy. Nee, das ist aber voll cute. Okay, ich habe es schon gefunden, oder? Okay, ich glaube, das nehme ich für mich mit. Also, ich habe es nur noch was anderes. Izzy, das ist ja nicht. Ich habe gerade geschaut und die gibt es alle nur ein M und die gibt es S. Also, das muss man auch zurück machen. Ist ja schade. Gott, das ist viel schwieriger, als ich dachte. Ich weiß halt, dass das mit dem T-Shirt nicht funktioniert hat, da liegt nicht richtig auf die Folge. Paris, weiß ja, 2014 ist. Ich kann es dann glauben, das perfekte Shirt ist direkt daneben. Wie kann ich das übersehen? Okay, drücken die Damen, dass es ein S gibt. Das erste T-Shirt ist sogar ein S. Oh mein Gott. Ich bin jetzt ab zur Kasse. Sie waren erfolgreich. Izzy will sich mega folgen. Jetzt geht es erst mal zum nächsten Laden. Das ist ein Look. Super. Perfekt. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Okay, wenn Izzy mich zulehr ärgert, dann schicke ich ihr die. Oder schicke ich meine Geld. Hier gibt es nicht geschaltet, also nehmen wir einfach ein Crawl-Club und jetzt. Aber, ich kriege immer. Ich weiß noch was richtig cooles, kann man nicht. Izzy holen wir jetzt noch so ein Native Mix die ich einfach so sehr. da gibt es auch ganz viele andere Sachen von Magic Mixies. Könnt ihr euch nachher ein Essig-Tier mit euch auch gemacht haben? Gott, hat es Spaß gemacht. Mein Handy hat gerade gekündigt, ich habe mir eine Pindachricht geschickt. Und ja, ey, was shoppen macht wahrscheinlich wirklich Hunger, deswegen, du darfst Burger essen gehen und ja, such dir einfach mal deinen Lieblingsburger aus. So sind wir heute mal nicht so. Okay, Burger essen. Ich war mega erleichtert, dass Izzy gesagt hat, dass ich Burger essen soll. Ich hatte richtig Angst, dass ich irgendwas komisches sagt. Und hier gibt es tatsächlich die besten Burger. Ich wusste auch schon gleich, welch ich nicht nehmen wollte. Ja, shoppen macht richtig durstig. Schaut mal, wie lecker da aussieht. Oh mein Gott. So, wir sind wieder zurück und ich wollte euch noch unbedingt sagen, dass ich am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bin. Da könnt ihr mich treffen. Da habe ich so eine kleine Signier-Aktion. Die genaue Uhrzeit werde ich euch noch bald sagen, aber schreibt euch am besten schon mal den Termin auf. Genug gerätigt. Jetzt schauen wir erst mal, was Izzy mir geschickt hat. Aber ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Deswegen, du darfst jetzt erst mal eine Runde chillen oder in den Pool gehen. Warum habe ich ja nicht keinen Pool? Außer das mit dem Gesicht waschen, zeig ich mir heute nur geile Sachen. Los jetzt. Ich werde also auf jeden Fall im Pool chillen, aber nicht wirklich im Pool, weil wenn ich jetzt klitschnass bin und dann muss ich irgendwas komisches später machen, das wäre natürlich unpraktisch. Also, obwohl ich mir so eine Luft batratze, dann setze ich mich einfach da drauf. Perfekt. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwie reinfalle. Aber egal. Schauen wir mal. Ich bin jetzt bereit. Ich habe mein Buch, damit mir nicht langweilig wird. Ich wollte ja auf der Luftmatratze chillen. Nur ich muss die noch ein bisschen aufpusten. Also werden wir das jetzt machen. Hier müssen wir noch aufpusten. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ich muss mir die Daumen, dass ich nicht reinfalle. Das wäre ja nicht, finde ich schade. Ich habe dein Buch, damit zumindest im Buch nichts passiert. Ja. Hier Prioritäten, oder? Mhm. Okay. Dich kann man trocknen, das Buch nicht. Nett, oder? Sehr nett. So, Eltern braucht man. Grüße sind schon mal drin. Sehr gut. Du hast es doch neulich schon mal gemacht. Na, siehst du. Tschüss. Tschüss. Ich lese jetzt dein Buch. Ich versuche dir das jetzt da reinzuschmeißen, ja? Ich bin jetzt im Poolfeld, da musst du mal was kaufen. Oh, Entschuldigung. 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 Hier ist dein Buch. Oh, ich aussozial. Dankeschön. Bitteschön. Viel Spaß beim Chillen. Fertig gechillt, aber ich muss nicht an uns sehen. Das ist, wenn ein Plan nicht aufgeht, oder? Vergiss dein Buch nicht. Leute, ich habe mich umgezogen. Das ist jetzt das neue Outfit. Auch basic, aber auch ganz nice. Ich liebe die Short einfach so sehr. Izzy hat mir noch was geschickt. Und wenn es jetzt wieder irgendwas ist, wo ich nass werde, dann rast ich aus. Ey, weil ich würde sagen, nach dem vielen Chillen musst du jetzt auch mal etwas Praktisches machen. Und ich würde sagen, du machst irgendwas, du die Selfmäßiges. Wie weiß man ein Lipgloss? Ja. Ich wollte eh letztens so ein DIY-Lipgloss machen. Okay, ich habe auch alle Zutaten. Achso, können wir schon mal anfangen. Irgendwann mal habe ich das auf TikTok gesehen, da habe ich ganz viele Sachen gekaut, weil ich dachte, das muss ich einfach machen. Habe ich das total vergessen. Also zeige ich euch mal alles. Ich habe eine ganze Kiste voller so, näher Lipgloss. Ich habe hier so kleine Kästchen und dann noch so Lichtchen. Ja, ich weiß nicht, welches ich benutzen will. Es kann sein, dass es ein bisschen schwierig wird, das da rein zu machen, weil das Loch so mini ist. Ich schaue, ob ich noch mehr habe. Kann aber nichts ersprechen. Ich habe hier Eyeshadow. Ich habe hier Vaseline. Und die ist komplett neu. Schaut mal. Und das werde ich dann einfach zusammen mischen und dann einfach hier in die Dose reinpacken. Ich habe auch ein paar Löffel. Ich liebe die Löffel so sehr. Oder so kleine Blümchen. Oh mein Gott, wie aesthetic. Ich glaube, ich muss mal hochgehen und mir so einen Teller oder eine kleine Schüssel holen, um das so zu vermischen. Und ich schaue wirklich, ob ich noch mal ein paar größere Container habe. Weil das wird nicht funktionieren. Ich bin wieder da, mit einer kleinen Schüssel. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Ich glaube, ich werde jetzt einfach so einen Löffel Vaseline hier rein machen. Dann ein bisschen Eyeshadow oder so vermischen und es dann versuchen, hier rein zu machen. Ich habe nämlich keine größere Dose gefunden. Drückt mir mal die Daumen. Okay. Ich werde das jetzt noch ein bisschen runter machen, damit ihr auch sehen könnt, was ich mache. Das wird jetzt richtig aesthetic manchmal. Okay, weiter geht es mit dem Eyeshadow. So, welche Farbe wollen wir nehmen? Also eine schöne. Hier diese. So, okay. Eyeshadow ist drin, das verrühren wir jetzt einfach so ein bisschen. Also, es sieht schon mal gut aus. Das ist gut. Das mag ich. Hier. Ich werde es gleich drauf machen. Im schlimmsten Fall machen wir das einfach nicht in so eine Dose rein. Ich dachte, ich hätte schon zu wenig reingemacht. Okay, perfekt. Zeit es erstmal auszuprobieren, bevor ich es dann noch in so einer Dose mache. So sieht es jetzt aus, wenn ich drauf mache. Ist nicht so pigmentiert, also werde ich noch ein bisschen Eyeshadow reinmachen, der so glitzert. Schauen wir mal, wie es aussieht. So sieht es jetzt aus. Schimmert so richtig. Okay. Jetzt glitzert es auch so richtig. Wow. Ja, jetzt sieht es richtig gut aus. Es hat also richtig gut funktioniert. Wir haben nur ein kleines Problem. Also, ich glaube, das werde ich nie im Leben hier reinkriegen. Schaut mal, wie klein es lauf ist. Und hier auch. Das ist total sad, weil die eigentlich voll cute sind. Aber, keine Sorge, ich habe noch was gefunden. So eine kleine Dose. Das probiere ich jetzt einfach hier rein zu machen. Gleich am besten mit einem Löffel. Viel schwieriger, als man denkt. Es funktioniert schon mal. Und ich zeige euch erstmal, wenn alles drin ist. Tada. So sieht es jetzt aus. ich finde, es sieht jetzt richtig cool aus. Super. Mein erster Tier war ein Nipgloss. Mein Handy hat gerade vibriert. Ich glaube, das war easy. Wir schauen, was sie jetzt sagt. Ja, Eva, ich würde sagen, du testest jetzt mal dein Dad und schaust, wer klüger ist. Er oder wir. Ja, wie du das machst, ist ganz dir überlassen. Aber ja, lass mir das einfallen. Ich soll meinen Dad testen? Okay, das wird interessant. Ich glaube, ich habe auch schon eine kleine Idee. Ich weiß, wie ich meinen Dad testen werde, ob er klüger ist als wir. Und zwar brauchen wir dafür Hundefutter und Müsli. Als erstes schauen wir, ob Mia das Müsli essen würde und dann schauen wir, ob mein Dad das Hundefutter isst. Mia ist schon bereit. So. Mal schauen, wie Mia jetzt reagiert. Oh. Sie spuckt so aus, Evie. Ja, also, Mia, du hast den Test bestanden. Gut gemacht. Vivi, du bist ein kluger Hund. Ja, du bist ganz klug. Jetzt schauen wir, ob mein Dad auch so klug ist. Test Nummer zwei. Jetzt schauen wir, ob mein Dad Hundefutter essen wird. Ava, jetzt ist Schluss mit chillen. Das war jetzt wirklich lang genug. Jetzt schnappst du nämlich mal eins deiner Bücher und kochst oder backst etwas. Such's dir aus. Interessante Idee, Izzy. Ich bin nach dem Burger einfach so sass. Ich glaube, ich mache mir nur so einen kleinen Snack. Und ich glaube, nachdem Papa herausgewundert, dass er Hundefutter gegessen hat, hat er nicht mehr so Hunger. Ich weiß, Papa liebt Eaton Mess und ich auch. Ist auch was Kleines und eine kleine Entschuldigung für den Prank. Ich habe nur ein Problem. Ich habe keine Zutaten zu Hause. Also müssen wir erst mal los zum Supermarkt. Erdbeeren, check. Dann brauchen wir nur noch das Arzt. Ich bin zurück. Wir haben jetzt alles schön hingestellt. Ich zeige euch jetzt auch, wie man das macht. Also ich mache zwei Eaton Mess, einen großen für Dad, weil es Entschuldigung, und dann noch einen kleinen für mich. Ich zeige jetzt auch, wie man die Früchte halbiert. Also erst mal die Erdbeeren. Hier nennen wir sich so eine Erdbeere. Schneidet das obere ab. Schaut mal, ich habe hier schon welche vorbereitet. Also welche, die halbiert sind oder noch Kleingestittene. Also erst mal halbieren. Dann nochmal hier halbieren. Und durch die Mitte schneiden. Und so schneidet man die Erdbeeren. So, dann können wir jetzt schon mit dem Schichten anfangen. Ich habe auch total vergessen, dass man die Baiser auch vorbereiten muss. So. Auch total einfach. Jetzt fangen wir wirklich an. Also erst mal ein bisschen Obst. Ich nehme ein paar Erdbeeren. Laubeeren auch noch. Und dann kommt schon das Eis. Ich kann nie zu viel Eis haben. Ich mache das jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie das Endergebnis aussieht. Okay. Keine Sorge, die sind nicht üblich. Tada! Das bringe ich jetzt Papa hoch. Dann mache ich meinen. Aber Papa muss doch arbeiten. Der muss heute richtig lange arbeiten. Voll asozial. So, Papa, habe ich jetzt zu lieben es. Oh. Viel Spaß. Thank you, Bail. Thank you. Und wie hat es geschmeckt? Das bräuchte mich. Meins hat auch geschmeckt übrigens. Leute, es ist jetzt ziemlich spät. Ich habe mich schon mal mein Pyjama angezogen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Eisie mir nixfest schicken wird. Also verabschiede ich mich nochmal. Eisis hast du richtig gut gemacht. Das müssten wir mal öfters machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich war es dir lieben. Tschaui.